Was ist Leute, mein Name ist Danny, ich bin Stan Willkommen zurück bei Roblox Und heute sind wir zurück bei einem neuen Video zum Magnetsimulator Und der Grund, wieso wir es heute spielen ist Weil sie sich mal wieder geupdated haben, also wie ihr es hier sehen könnt Hier gibt es das neue Sparklegg 30, ähm, keine Ahnung was es genau sein soll Das ist so unnormal, Leute, was für eine Zahl ist das? 30 Milliarden, obwohl warte Millionen hat ja 6 Nullen Das hat nicht, das hat mehr als 6 Nullen Das hat 12 Nullen, das bedeutet quasi Millionen, Milliarden, Billionen Wahrscheinlich, oder? Es sind 30 Billionen Leute, wir haben schon gestruggelt Diese 1 zu bekommen, was 3 Was 3 Billionen kostet, oder? 3 Milliarden 3 Milliarden sind das, okay, also warte mal 30 Billionen gegen 3 Billiarden Oh mein Gott, Million, okay, wie auch immer Ich komme komplett durcheinander ab, aber das sollte komplett okay sein Denn wir sind heute zurück bei einer neuen Folge Und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal Gucken, ob es ein neues Level gibt, es gibt auch neue Magneten Glaube ich, wow, warte mal, ist das neu? Nee, 50 Rebirths, also es gibt keinen neuen Ort Leider, obwohl vielleicht Es könnte nämlich sein, dass man sich von hier wohl teleportieren kann Aber nein, leider nicht, verstehe, verstehe, verstehe Also, naja, auf jeden Fall Unser Ziel für heute ist es erstmal Ach, vielleicht sollte ich gucken, was für Magnete es gibt Und zwar ein paar Magneten zu holen, auf jeden Fall Denn wir brauchen ein paar mehr Das steht fest Also, lass mal kurz im Laden sehen Was gibt es? Irgendwas, was neu ist? Bestimmt, oder? Es gibt bestimmt ein paar Ja, 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 ja Also, so werden wir dann kommen Indem wir den hier holen 140 Billionen 260 Billionen Aber wenn es 1,30 Billionen kostet Ist es ja gar nicht so teuer, richtig? Stimmt's Obwohl, ich kann mich erinnern, ich hatte Probleme Das letzte halt zu holen, was 3 Milliarden kostet Ich weiß, die Zahl komplett durcheinander kommt man hier Aber das sind auf jeden Fall Ja, das ist neu Wie viel ist das? 807.000,1 Trillionen wahrscheinlich Keine Ahnung, wie viele Trillionen genau sind Wie viele Zahlen Trillionen haben So ist es, welche Zahlen muss man nie haben Kopf eigentlich im Leben eines Menschen Aber ja Falls du es nicht gemacht hast, solltest du unten Kosten zu abonnieren und keine Videos mehr zu verpassen Und falls du das getan hast Aktiviert die kleine Glocke nach unten Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich solche Videos lade Und du brauchst die Glocke eng Und wenn du mehr Roblox sehen willst, lass ihn auch noch oben da Und ich bin gerade erst aufgewacht Deswegen habe ich einen extra starken doppelten Espresso Und das haut rein, Leute Oh wow Okay Das Video kann beginnen Also, die Frage ist Wie teuer ist der nächste Magnet? Das müsst ihr ja wissen erstmal, schätze ich mal Der nächste Magnet, den wir noch nicht haben, kostet 73,5 Billionen Ehrlich gesagt, wir haben wie viel? 3,6 Billionen Das sollte nicht zu schwer sein, den zu bekommen Außerdem, wenn wir das neue Ei bekommen Hier das hier Das wird ja der Wahnsinn, Leute Also, ich weiß auch nicht Aber, das wird unnormal Aber, na, ich würde noch ein einziges Mal gerne Nein, ich will nicht traden Jetzt muss traden ausmachen Du eins hier holen Habe ich keine Oh, warte mal, hier, so Ja, das geht sehr schön Weil, das Ding ist Ich brauche mehr Tierchen davon Ähm, aber, warte mal Habe ich das ernsthaft noch nie geholt? Ich kann es dir gar nicht vorstellen Dass ich das noch nie geholt habe Wir haben einen Tangier bekommen Wie gut ist er? Hier haben wir ihn Oh mein Gott, der ist mega Der hat eine Thanos-Hand Ist das ein Scherz? Er hat wortwörtlich eine Thanos-Hand, Leute Okay, das ist irgendwie episch Ich weiß auch nicht Aber, das feiere ich ja mega Alter Schwede Das ist so cool Ja, vielleicht sollten wir uns ein paar mehr holen Lassen wir mal kurz mehr holen Im Endeffekt Sollten wir das Geld so oder so leichter bekommen Nein, nicht so Geht das nicht? Ah, ich habe nicht mehr genug Verstehe Also, hatten wir doch Probleme, die zu kaufen, okay Aber, jetzt bekommen wir halt viel mehr, ne Das ist echt unnormal, Leute Deswegen, beim Ver... Oh, nein, ich bin falsch Hä? Was? Okay, das war auf jeden Fall falsch Die Gelbe Area habe ich schon unlockt Auf jeden Fall, das steht fest Also, da war ich schon Und das ist quasi das Ding Deswegen, keine Ahnung, was ich hier suche Hier kriege ich deutlich weniger als überall anders Gehen wir ins blaue Da brauchen wir nämlich 250 Rebirths Kommt schon, Leute Bringt eine neue Gegend raus Ich brauche mehr Coins Okay, ich weiß nicht überhaupt Ob das möglich ist Überhaupt noch mehr zu bekommen Also quasi Ich meine, natürlich Wir können durch das Tierchen Unnormal viele Coins bekommen, okay Durch die neuen Tierchen Durch die 30 Billionen Tierchen Aber das wollte halt nur mal eine Zeit lang dauern Deswegen, ja Da, ich hoffe einfach Die bringen eine neue Gegend raus Weil bei neuen Gegenden Ohne Scheiß Ich glaube, bei der neuen Gegend Bekommen wir 10 Millionen pro Coin oder so Und das wird alles verändert Und Leute Im Endeffekt ist es ja mittlerweile so Dass wir nicht durch die Coins das Geld bekommen Sondern durch die Tierchen Okay Weil die Tierchen geben einem so viel mehr Beim Verkauf der Coins Und dann haben wir so viel Geld Und wenn wir dann Rebirthen Dann, das ist ohne mal, Leute Von Rebirthen bringt ja auch was Das ist das Ding Und es gibt ja sowas wie Hüte jetzt und so Also ziemlich krass auf jeden Fall Die wir uns auf jeden Fall auch noch holen werden müssen Also wir haben gleich auf jeden Fall 30 Billionen Was schon mal eine gute Zahl ist auf jeden Fall Lass mal sehen Ah Ah ne, warte mal Die Hüte waren ja nur dazu da Damit ich sie equippen kann Aber es gibt noch bessere Hüte Also für mehr Geld Wenn man mehr Geld investiert Gibt es noch bessere Hüte Ein Hut ist sowas wie Ich habe gar keinen Hut an Wieso? Alter, schwer Das ist ja voll nervig Hier, Money Multiplier Wow, die haben viel Money Multiplier Aber Warte mal, die sind gut Wieso hatte ich die nicht beim letzten Mal? Hatte ich nicht letztens den roten an? Mal 8? Speedboost Ja, Speedboost brauchen wir nicht allzu sehr Wir nehmen den hier Alter, schwer Habe ich den nicht an? Na los, zieh den an, Bro Equip, equip, equip Komm schon Hä, wieso? Wieso geht es nicht? Ah, jetzt Aber haben wir es doch Okay, sehr schön Also ich musste meinen Magnet wegtun Interessant, interessant Aber jetzt bekommen wir halt noch mehr Das ist ja das Geile Lass mal kurz zurückgehen Gucken, wie viel Geld wir bekommen Und vielleicht können wir uns ja schon irgendwas leisten Ich meine, wir könnten ja sogar unsere Tierchen Zu Zu Goldtierchen machen Oder wie auch immer man die nennt Indem wir 10 von der Selm haben Dafür müssen wir aber richtig viele Eier holen Wir bekommen jetzt Wow 600 Kuh Was ist Kuh? Wie viel Geld bekommen wir? 12 Billionen Wie viel brauchte ich nochmal für das nächste Dings der Wumse? Okay, ich werde jetzt mal auf jeden Fall das hier holen Aber ich glaube, ich werde es mal lieber rebirthen Weil das Ding ist Pass auf, Leute Beim Rebirth Kann man das hier Rebirth-Levels Kann man das irgendwie sehen, wie viel das einbringt Je mehr Rebirth-Levels wir haben Desto mehr Geld bekommen wir auch Deswegen wäre es auch mal gut, wieder 100 zu holen Aber erst mal will ich gerne das hier holen, Leute Weil ich will sehen, wie viel Geld wir bekommen Wie bekommen wir viel Geld? Okay, mein Geld will ich gerade nicht upgraden Hallo? Wie viel Geld bekomme ich? Ich habe mehr als 620 Millionen Komm schon Wir brauchen mehr Kohle Wie lange dauert das? Oh nein, das dauert Ewigkeit, Leute Bis es überhaupt angezeigt wird Ja, das dauert viel zu viel, ey Das dauert viel zu lange, Leute Keine Ahnung, was da abgeht Aber ihr könnt sehen Ja, ich habe gerebirtht, oder? Ich habe gerebirtht Ja, wir müssen warten Wir müssen wortwörtlich warten Das steht fest, Leute Oh, nein, immer noch nicht Hallo, kannst du mal bitte upgraden? Was ist dein Problem? 5 Millionen kostet die hier Ich glaube, beim letzten Mal habe ich nur die hier geholt Aber so eine Legendary Chest Ah, nee, warte mal Oh, die wird nicht so gut sein, ne? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Oh, jetzt 12,6 Billionen Sehr schön, endlich Million Billionen Also können wir uns die super rich holen Oh, mein Gott Die ist mega teuer Die kostet 425 Billionen Wir haben jetzt einmal die super rich geholt Lass mal sehen, was da drin ist, okay? Wir haben super rich Money Multiplier mal 10 Ja, okay, aber die hat nicht so gut Money Doch, doch, doch hat sie Aber die hat 11 Dafür hat die besser Coin Boost Okay, die ist besser Aber ich würde mir gerne noch einen Hut holen Einen anderen Hut, okay? Einer, der vielleicht noch besser ist Weil ich brauche mehr Multiplier Bro! The Golden Bro Bloxchen Hut Was bist du bitte? Das würde mich mal mega interessieren 12 Das ist schon mal sehr gut Ich glaube, ja, oder? Komm schon Lass mich jetzt equippen Ich glaube, ich muss erst mal das andere equippen Leute, ich komme hier gar nicht heraus Weil ich zu schnell bin für die Menschheit Schau das mal, wie schnell ich bin Okay, lass mal kurz sehen Die Hüte sind hier Wir nehmen erst mal den anderen weg Welche noch immer ich trage? Ich glaube, ich trage den hier Eine Equipp Ah, wir können mehr Equipped haben Nee So, so Oh, mein Gott Equip dann beide Wie gibt der? Der gibt gar nichts, Leute Ach, du Kacke Eine Equipp Ich will den nicht equippen Ah, das dauert eine Zeit, bis wir den Equipped haben Verstehe, okay Also, dann würde ich sagen Wir holen noch einen, oder? Auf geht's, Leute Wir holen noch einen Weil wenn wir drei Equipped haben können Vielleicht können wir sogar etwas kaufen Würden wir noch mehr Equipped haben können Das wäre geil Okay, ähm Wir haben noch etwas bekommen anscheinend Das hier, super rich Wow, 90 19 Nur damit du Bescheid weißt Oh, mein Gott Das ist nicht mehr normal Lass mal kurz im Shop gucken Ob wir noch mehr Equippen können Würde mich auch mega interessieren, Leute Ja, no Wir können nicht mehr Equippen, leider Also, wir können nichts kaufen Was uns mehr bringt Oh, 10 Heads Equipped Ja, 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 doch, doch, doch Wie teuer ist das? Oh, es wird so teuer sein Leute Fürs nächste Mal werde ich mir das holen, okay Fürs nächste Mal werde ich mir das holen Aber ich denke, ich habe jetzt keine Robots So, soll ich mir das jetzt holen? Nee Ich könnte mir das natürlich auch jetzt holen Aber ich werde es erwarten, okay Wie sehe ich aus? Was ist mit meinem Gesicht los? Das ist ja nicht mehr normal Das kann ich mir noch holen, übrigens Vielleicht noch mehr Magneten 12,6 Billionen Nein, konnte ich mir keine neuen Magneten holen Durch das Geld? Nee, ne? 12,6 Billionen sind nicht so viel, glaube ich Der kostet 3,73,5 Billionen Okay, das ist okay Aber 10 Oh, mein Gott Dadurch können wir so abgehen, Leute Wenn wir erstmal 10 Hüter equipped haben Bro, wir bekommen so viel Geld dann Oh, mein Gott, okay Das ist mal hier mehr sammeln Geht durch Mal sehen, okay Sammeln wir erstmal ein paar Wie gesagt, es ist gar nicht so wichtig, dass wir pro Coin viel bekommen Das ist gar nicht das Ziel Wir bekommen jetzt beim Verkauf sehr viel Wenn wir erstmal 7 mehr Hüter Oh, mein Gott, Leute Das wird nicht mehr normal Also, ich würde mir schon gerne mal den neuen Magneten holen Aber wie gesagt, der kostet 73, irgendwas Millionen Was echt sehr viel ist Da würde es sich sogar lohnen, ein paar mehr Eier zu holen, auf jeden Fall Und die zu goldenen Tierchen zu machen Und die anderen, die schlechtesten sind, auf jeden Fall zu verkaufen Weil, ich meine Leute, wir haben so viele Tierchen momentan Ich komme gar nicht mehr klar, okay Bei den ganzen Tierchen Deswegen wäre es halt nochmal sehr schlau Wenn wir die schlechten Tierchen verkaufen würden Und die guten Tierchen nehmen Das wäre auf jeden Fall super gut Aber na gut Lass uns noch ein paar mehr sammeln Mittlerweile sammelt sich das hier sehr schnell Und beim Verkauf bekommen wir unnormal viel Und mein Gesicht sieht aus wie ein Keine Ahnung, was genau Leider wird hier nicht angezeigt, was wir Ja, wie wir quasi Was wir quasi haben Equip, equip, equip Seht ihr das? Es steht nirgendwo, ob wir es hier equipped haben oder nicht Aber wir haben schon die richtigen Sachen equipped, oder? Equipen, oder das hier anequipen Anequipter auch Aber nein, ich will dich nicht anequippen, Bro Ich will dich nicht anequippen Ich will, dass du da bleibst Oh nein, bleib da, Bruder Au, in mein Gesicht Ja, gegen Bäume rennen Das ist etwas, was ich sehr gerne tue Okay, wir haben ihn wieder, oder? Ja, wir haben ihn wieder Also, ja, ich will einfach nur mehr Hüte equipen, Leute Ist der Wahnsinn Ich kann nicht glauben, wie teuer der nächste ist Aber wir brauchen mehr Hüte Definitiv Wenn wir jetzt verkaufen, ne? Wieder 30 Billionen sammeln Das reicht eigentlich auch schon 30 Billionen reicht auf jeden Fall Ein paar mehr vielleicht nochmal durch die Mitte rennen Sehr schön Wundervoll, wir haben 30 Billionen Sehr schön Jetzt lass uns nochmal zurückgehen Und einfach mal gucken Äh, wir gehen Oh Gott, warte mal Kriege ich hier mehr eigentlich? Ja, 7 Q Das ist ohne mal todesviel Keine Ahnung, wie viel das ist Aber es ist todesviel Könnte theoretisch erstmal 100 Mal rewerfen Lass mich das mal tun Erstmal 100 Mal rewerfen Dasselbe nochmal tun Ich weiß nicht, wie ich es bekommen werde Okay Und mehr Hüte Oh Gott, ich würde mir so gerne mit denen Oh mein Gott, ich hole es mir jetzt, Leute Bis gleich So, ich bin wieder zurück Und ich habe es jetzt gekauft Jetzt haben wir mehr Was sehr schön ist Und das bedeutet, ich kann jetzt hier hingehen Im Shop gehen Und hier 10 mehr Hätze quippen Boah, das ist Aber das lohnt sich Das lohnt sich Für so einen Suchti wie mich lohnt es sich auf jeden Fall Deswegen werden wir das tun auf jeden Fall Naja, das ist auf jeden Fall sehr gut Gott, so viele Hüte, ne Ist ja nicht ja normal Okay, das zu schließen ist immer so ein kleiner Akt auf jeden Fall Das steht fest Aber jetzt können wir auf jeden Fall mehr Hüte holen Das sollten wir auch tun Auf jeden Fall Das lohnt sich definitiv Open Okay, wir haben auf jeden Fall Wow, keine Ahnung, was ich da habe Aber hol mehr Kannst du noch mehr holen? Bestimmt, oder? 125 Millionen Ja, du kannst so viele holen, wie du willst Wie gibt es da überhaupt? Das ist der Wahnsinn Echt unnormal, wie viel es da gibt, Leute Neue, wieder neue Okay, das ist der Wahnsinn Komm schon, gib mir mehr Ultra Common Ultra Commando Ach du Kacke Wie sieht mein Gesicht danach aus, wenn ich mal 10 Wow Alle sind vor allem anders Es sind alle anders Das ist quasi das Ding Das ist ja nicht normal Damn, Bro Und dann holen wir uns noch viel, viel mehr Eier 154 Billionen Habe ich nicht genug für Alter, ich habe so viele jetzt, ne Okay Ich würde sagen Wir, ja, machen jetzt meine Pause hier Und nehmen jetzt die Hüte Das wird auf jeden Fall sehr geil sein Lass mal sehen Wir nehmen Ultra Commando Equippen wir so, ob das geht auf jeden Fall Dann nehmen wir Super Rich Equippen wir das hier so, ob das geht Das hier so, ob das geht Kann ich nicht mehr? Ich müsste doch normalerweise mehr Ah, manchmal dauert es auf jeden Fall Manchmal dauert es, bis es upgradet Aber Oh, oh, wir können jetzt noch mehr Okay, sehr schön Equippen Okay, dann equippen wir auch mehrmals Mal die Multiplay mal 20 Ach du Kacke Ich drücke einfach mehr öfter drauf Damit es auch das wahrnimmt So, lass mal sehen, wie viel wir haben werden Wir können, ja, okay, es dauert Es dauert einfach eine Zeit lang Bis wir das Upgrade Bis es hier umange zeigt wird Verstehe Na gut, dann warten wir erstmal kurz Wir haben jetzt 8 Der Wahnsinn Der Wahnsinn, Leute 144 Billionen Bedeutet das nicht, dass wir Alter, mein Gesicht Leute, ich will gar nicht wissen, wie mein Gesicht aussieht Ey, ist ja nicht normal Also, Wahnsinn Lass mal nach rechts gehen Und gucken Endlich geht es wieder schneller Ich feiere das Und wir haben genug Geld Wir haben sogar genug Geld dafür Ah, nee, und Oh, verdammt Ah, wir hatten das gar nicht, ne? Nein, wir hatten das gar nicht 260 Billionen Das bekommen wir easy jetzt Oh, mein Gott Das ist der Wahnsinn Okay, gib mir Habe ich jetzt den neuen Magneten? Ich glaube, ja, oder? Das geht jetzt wieder so schnell An den neuen Hüten Weil ich jetzt mega OP bin Bro, wie sehe ich aus? Heilige Kacke, Leute Das ist so mega OP gerade, ne? Das ist der Wahnsinn Wie OP das ist Ich bekomme jetzt 3 Millionen pro Coin Aber, Leute Das ist noch gar nichts Denn beim Verkauf bekommen wir eine Menge Und wir haben ja nicht mal die Eier geholt Wir könnten ja ein paar mehr Eier holen sogar Das ist auf jeden Fall etwas Was soll ich tun? Mit Sicherheit Ein paar mehr Eier Nur 30 Bill Warte mal Ich glaube, das waren schon 30 Billionen Das Ding ist Ich weiß halt nicht, wie viele Zahlen das hat Das ist das Problem Das ist was haben, Leute Jetzt wird das Spiel wieder interessant Das ist ja auch mega Bis es nicht Ich meine Update rauskommt Dann wird es wieder interessant Also das ist schon ziemlich geil Das ist schon echt nicht schlecht, Leute Was hier abgeht Das kann ich euch sagen 20 Billionen Lass mal wieder 30 Billionen sammeln Das reicht auch Weil wie gesagt Es kommt nicht auf die Zahl an Es ist genauso wie Es kommt nicht auf die Größe an Es kommt auf Was du mit dem Geld machst dann Okay Nächster Teil würde ich gar nicht gehen Kinderfreundlicher Channel 100%ig Das haben wir die Coins ein Sehr schön Boah, der Wahnsinn, Leute Was hier abgeht Nicht mehr normal Komm schon, gib mir die 30 Billionen, Bro Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir bekommen davon Leute, ich will es gar nicht wissen Aber ich will eine neue Gegend haben Wirklich, Leute Ich will einfach nur eine neue Gegend haben Vielleicht gibt es vielleicht schon eine neue Gegend Die mir mehr Geld einbringt Ich meine nicht, dass ich das sehe Rebirths haben wir genug Vor allem wäre die dann hier Ja, vielleicht da oder so Ist aber schwer zu sagen, ob die hier wäre Warte mal, lass mal sehen Und wie cool Okay, mein Geld wird nicht mehr angezeigt Äh, wie viel habe ich Ah, wow 26,9 Q Bruder, du musst los, oder? Du musst los Ein Rebirth Oh, jetzt bekommen wir so viel Geld Wir bekommen so viel Geld Wir bekommen so viel Geld Kann ich dich nicht schon holen? Das würde Zeit lang dauern Bis ich das Geld das mal wieder habe Aber ich könnte von Super Epic Eggs Eine Menge holen Und die zu Gold machen Aber das Ding ist Ich warte erstmal Weil die kosten ja Ja, ich will nicht wieder die Zahl angucken Mir wird schwillig bei Zahlen, ey Also Mathe ist echt nicht Ja, mein Lieblingsfach Das steht auf jeden Fall fest Deswegen, ja Das ist schon echt unnormal Also, ich weiß gar nicht Gibt es hier keine ganz neuen Gegenden? Anscheinend nicht, Leute Momentan ist das die beste Gegend Aber das ist doch komplett okay Weil es kommt nicht auf die Zahlen an Das ist das Ding Wir müssen warten Bis ich Bis das Geld sich hier erhöht Wir können bestimmt neue Magneten gleich holen 100%ig, Leute Mit Sicherheit Ja, mit Sicherheit Der neue Magnet gibt ja auch mehr Geld noch Leute Das Spiel bekommt gar nicht mehr drauf gleich Aber jetzt wortwörtlich So viel geholt Dass ich nicht mal mehr Geräusche habe Wahnsinn, was hier abgeht, Alter Ist ja nicht mehr normal Wir haben jetzt 552,7 Billion Kann ich mir sowas holen? Nein Nee, ne? Kann ich nicht, ne? Nein Okay Also, nein Die Antwort ist ganz simpel Nein Aber wir haben so viele Billionen Dass wir jetzt Pass auf, Leute In der Regel mit Sicherheit 1,2 Hä? Ah, den haben wir schon Okay, verstehe 260 Billionen 102 Billionen Na, wir können also auf jeden Fall Warte mal Wieso ist der Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr Kostet der weniger 260 Billionen für den Der hat 125 Range 178 Der hat mehr Von allem Aber kostet 102 Billionen Wieso ist der teurer als der? Seht ihr das? Oder sehe ich irgendwas falsch? Oh, der kostet Trillionen Okay, das ist schon ein bisschen mehr Also, wir können einfach den hier holen Schätze ich mal, der ist der Beste jetzt mittlerweile Also, ja, Leute Das ist richtig geil, auf jeden Fall, was hier abgeht Ist nicht mehr normal Schau dir das mal an Wir bekommen gerade so viel, ne? Unnormal, Leute Wie viel wir bekommen Also, nicht mehr normal Lass uns mal kurz reingehen und gucken Wie wir bekommen werden Wow, was hier abgeht, ne? Leute, ihr glaubt das gar nicht Wir bekommen jetzt 4 Millionen pro Mindshack-Coin Äh Ach, du heilige Kacke, Leute Man verkauft will ich gar nicht wissen, was wir dann machen werden Ich will jetzt gar nicht wissen Wir müssen sich sogar schon die ganz neuen Hüte leisten Habe ich überhaupt alle Typen? Ne, also ich kann ja Zähne quippen Das ist das Ding Ich habe nicht mal zwei mehr quippt Heili, Kacke, okay, OP Einfach OP, Leute Aber, Leute, wisst ihr was? Ich werde die Folge für euch mal stehen lassen Das war es für das Video Für mehr Roblox Lasst uns noch oben da unten Solltest du kostenabonnieren Um keine Videos mehr dazu zu verpassen Falls du es getan hast Aktiviert die kleine Glocke da unten Was übernachträchtigt Ich wollte das Video hochladen Und du kannst du Glocken Glocken In der Beschreibung für das neue Kanal Mein Merch und Instagram Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Bye, bye Danke für das so eine Show des Videos Wenn dir das Video gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest Außerdem solltest du definitiv mal Eine meiner letzten Videos auschecken Die findest du rechts Also klick einfach irgendein Bild an Und dann wirst du gleich hingeleitet Ich bin mir sicher Es gibt bestimmt irgendwas Was dir gefallen wird Und wenn du es nicht getan hast Kannst du gerne kostenlos abonnieren Für täglichen Videocontents Und wenn du schon Abonnent bist Kannst du unten gerne die Glocke anklicken Damit du immer benachrichtigt wirst Wenn mein Video hochkommt Aber danke für das so eine Show Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao, ciao